herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft flat world ja mit dabei ist der melon joshi hallo und ja wir sind hier in einer neuen folge minecraft flat world immer noch mit dem weihnachtssektor obwohl es mit dem sommer ist fast mit der sommer und jedenfalls wir mit der milde des jahres schon verschritten haben also egal reden wir darüber nicht ich bin gleich tot zwei wundert euch okay nein ich sage nichts jetzt mal auf mich zu schlagen nein ich bin pvp profi okay ich schärf nach mehr schade ist der hand wusstest du das schon hätte ich jetzt nie gedacht okay kommen wir gehen wir gehen wieder in den end ja sind wir hier richtig egal ja also ganz kurz nur mal so zum zum verständnis es kann durchaus möglich sein dass der dass der original server gelöscht wurde und deswegen unsere welt eben auch und deswegen ich aber noch ein altes backup von vom anfang hatte und deswegen ich das hochgeladen habe wir aber dort noch nichts hatten und jetzt irgendwie zwei stunden oder so damit verbracht haben uns ganz base für aufzubauen das kann durchaus möglich sein ja deswegen haben wir hier am ende auch nichts und haben müssen aber viele items haben die wir eigentlich haben und brauchen und werden und müssen jetzt bloß noch eine festung suchen ok in der leber was ist in der letzten folge passiert die letzte folge habe ich noch nicht geschont ist weil das sind zwar eine zwei stunden folge die in vier oder sechs teile werde ich noch gucken aufteilen werde aber wir haben jedenfalls oft irgendeiner festung so hier ist frank ansonsten suchen wir einfach gehen wir norden oster süden westen wo bist du kann aber ich bin froh ich würde sagen vielleicht erst mal aus dem roten gebiet raus bin ich schon also hier sind knochen die nämlich natürlich mit wo geht's lang hast du dich hier hoch gebaut also wenn es kommt ist ja jetzt basalt aber das ist eine richtig lange basalt stange nö dann nicht ich glaube irgendwo hin wo platze ist wo ich bin wo ich hoffentlich nicht sterbe überlebt man das jolo oh ich hab's überlebt warte lass 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 runter mit ihm das mit bei seinem freund schätzt also mit dabei ist der meloni jetzt weiß ich nicht ob ich das schon gesagt habe da hast du und das ist die folge keine ahnung werden wir sehen ich bin schnell wieder weg ich bin speedy gonzalez hä aber wenn du es nicht schnell wir haben lange keine folge flatworld mal aufgenommen kann das sein ja sehr lange nicht mehr lange also die folgen die ihr jetzt in letzter zeit gesehen habt das waren alles noch alte aufnahmen die seit letztes jahr ja auf meinem rechten rechner lieb gut letztes jahr ist jetzt vielleicht ein bisserl übertrieben aber nur ein bisschen vielleicht ein paar monate genau zu sein ja so vier monate die wahnsinnig oder so die stamm naja was wird was wird er hat mich jetzt wir müssen irgendwie darüber jetzt immer weg hier ja ich bin pvp profi auch wie ich gar keine rüstung habe ich bin selbst schuld ich bin einfach zu faul mir einen zu machen ich spielte mir minecraft überhaupt ich habe meingriff spielen verlernt da ist ein fettes etwas weißt du noch wie man minecraft spielt ich nicht mehr ich habe mein spiel verlernt ich habe fleisch großfleisch loess und wer bist Title stark wir laufen im kreis mei das herz übrigens vardı multim четыremi island das kann man auch machen mit dem command ja okay und so struktur oder ich soll ich hab's uns immer mit den hilfen hier gearbeitet jetzt haben es black jetzt born in monument wie heißen das ich glaube das war dieses pekeln oder so gibt es nicht oder ist es keine struktur da ist das ein bio da ist doch eine festung also die koordinaten sind 529 79 und 259 wir werden sehen ob das das ist was 520 in dem chat 520 also action die dort also genau ach so wir sind im kümse es ist eine struktur doch ja es ist eine struktur wer weiß du das komfort was 336 und 607 222 sind die richtung die richtung ich habe ist auch schon mal vielversprechend aus ich habe ja doch vorsichtig ach so wir müssen gar nicht diagonal wir müssen was diagonal wir müssen nicht nach feuerball so ein großer feuerball so ein großer feuerball ich habe einen bogen das ding ist zum glück nicht schwer zu übertreffen zu übertreffen geh mal vor und mach schrublocken warum hat das jetzt keine gasträne getroppt ich kann es nicht mehr dank euch dass du das weg machst ich dachte das ist zu wild nein nein warte bevor du mich runterkickst bevor du mich runterkickst muss das essen es ist keine karotte also kein steak so ein großer feuerball mach mal ich werde gerade eine danke ich wollte anmerken hier geht es ganz tief warum macht die welt besser weil wir auch auf der welt sind gerade hier strom macht das end besser wie viele wie viele gas gibt es hier also wie war das jetzt nicht kommt das falsche richtung 36 600 also dort schon wieder zurück das ist scheiße schon wieder nein ich mache nicht schon wieder den fehler dass ich dich also dingster boomster festung was die falsche da vor uns ist die falsche festung dann müssen wir noch weiter dahin die falsche ist die die nicht die falsche richtung gelaufen wir müssen in die richtung die nehmen wir sind richtig kommt wirst du doch nicht ins kinder und jetzt kaputt hat wieder nicht funktioniert so ein kleiner stinker das bringt Gibt der mir zwei Koppels? Oh, danke. Das hab ich halt so gemacht. Ist mir egal. Hier, geh und sammeln den Neuen. Okay. Hab ich. Ich weiß nicht, ob das genügt. Mach noch mal. Ich baue die Insel ab. Graf. Müsste ausreichen. Wohin? Warte aus. Okay. Ich bin mal weg. Nee! Ach egal. Wir haben's doch geschafft. Du schlägst mich da noch runter. Toi. Dann bist du. Äh. Da. Sind wir da? Nein. Sind wir bald da. Nein. Und jetzt? Nein. Ich muss Katie. Ich muss AA. Ah. Ah. Nie fährt! Ich bin gleich tot! Nein! Weg hier! Ich bin auch gleich tot. Das ist ein Sack hast du gesehen! Nein! Äh nein doch nicht! Scheiße doch! Baut sie! Oh fuck! Ah! 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 Ich bin ziemlich tot. Ah! Ah! Jetzt ist ein Milchweiß daaaau. Oh fuck! Ist wieder Schweine! Alter ich hasse dieses Biome echt! Ich mag die blauen Biome! Das ist halt gar so. Fuck! 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 Fuck, fuck. Ja, boah, war schön. Dann kann ich dich durchbauen. Aha! Hilfe! Die bin ich! Hab ich. Okay. Oh, es hat geknappt. Tatsächlich ist das eine schreckliche Festung. Also, wie heißen die Dinger? Weiß ich nicht. Portress heißen die. Hä? Schreckliche Festung. Ist das nicht sogar die, die wir hatten? Ja. Lol. Okay. Wir sind aber irgendwo anders rausgekommen. Also, Freunde, wir sind wieder da, wo wir aufgeregt haben. Also, Freunde, wir sind wieder da, wo wir aufgeregt haben. Alter! Ey, läuft der um die Ecke! Weg ist da! Alter! Geil, auf jeden Fall. Geil, auf jeden Fall. So. Wir brauchen nur einen Widder-Kopf-Dings-Skelett. Wo musst du da? Hm, schade bin ich schon wieder. Ich frage mich, wie viel Mal ich schon... Ach doch! ...mitterweil gestorben bin. Was? Was? Das sind zu mir schlecht. Ich hab Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wo müssen wir hin? Wir sind nicht, die waren nicht. Hier sind wir bald da. Aber da ist eine Truhe. Warte mal. Werden die Truhen nicht auch, wie seid ihr da? Ja. 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 Ganz aus, noch nie im 1. Äh, im Netter. Stimmt. Dann nötig mal alles, Mann. Feuerzeug. Oh, Rüstung! Die du nie hattest. Die du nie hattest. Die du nie hattest. Die die ich nie hattest. So sieht das aus. Oh, wer der Skelett. Tod. Passiert. Passiert. Oh, fuck. Ah, Satte. Oh. The place? What? Oh, Gott. Ah, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Uh, Diamanten. Diamanten? Ja. Und n' Feuerzeug. das wo hinter dieser wand ist der zweite wand ich hab netherrack noch netherrack ich hab netherrack nämlich richtig krasser aber es ist ein sattel also da ist noch eine kiste noch ein oberteil habe ich schon eins wo sind die skelette ich bin irgendwo angriff aber ich habe eins sehr ein skelett oder mich hier ist schon ein skelett und hat nichts getroppt ich schlag das skelett mit seinen eigenen waffen mit dem steinschwert ich war ein laber drinnen was ich war ich war ja gar nicht wir sehen wir nichts toll ich bin alt und schön so wie kommen wir jetzt dahin hm ähm wo müssen wir überhaupt hin weiss ich nicht dort wo wir das skelette sind am besten was in welchen fuck was ich bin in laber gefallen ich hab vergessen zu springen ja ich war jetzt auch immer zu springen wo sind wir was sind wir im coolen ort ich glaube nicht ich glaube auch nicht hier ist eine kiste hier überall ich hab das gefühl ich glaube hier schon irgendwie das dritte mal an der selben stelle ja du auch wir haben das geläht hä aber hier spawnt keine mehr so wollen wir eine neue festung suchen weiss ich nicht wenn du schon eine hast ah wird das geläht ansonsten müssen wir vielleicht tausend blöcke travel und dann aber es ist geläht natürlich hat er nichts gedroppt hallo wieder ausgelöst ist der fall ha geworden äh wer bist du au find ich gut ich hätte dich jetzt fast wieder zum übrigen partiert nein wir müssen ja nicht wo wir hin müssen ok ich würde sagen wir troppeln einfach weiter da ist aber ein wilder skelett das müssen wir eliminieren das ist nicht vorne schon dort weiß ich nicht ne aber ich war auch schon mal Duell fuck ja warte er lebt bestimmt noch save warte ich guck nach öh lebt nicht mehr vor allem ist bei dem versuch die im skelettsinn kommt in lava gefallen hilfe hilfe was ist die beim versuch kein bock mehr ok wir suchen jetzt eine neue festung ok such schon mal ich such wieder skelette und kannst du jetzt alles warum ich war gerade so auf einem block unter der über unter der über unter der egal vor wofür wirst du ach ich habe es überlebt du bist der hingeflogen inhalt du ja ich glaube nicht auch diese geräusche immer ok jetzt habe ich wenigstens ein paar blöcke ich suche eine neue festung ich suche eine neue festung die festung die ich suche die ist bei mir nicht in den händen denn ich sterbe gleich ha und ihr dachtet es gibt wieder ganze folgen ha verarscht nein spaß ähm ja die nächsten zwei folgen gehen wieder jeweils eine stunde und da ich keinen bock habe eine eine stunden folge zu cutten ähm teile ich die wieder auf in vier parts a 30 minuten folgen heißt äh es wird in der nächsten folge kein intro beziehungsweise diese folge kein outro geben dann in der dritten folge gibt es wieder ein intro und in der vierten folge gibt es wieder kein intro aber ein outro ja das war es jedenfalls für die folge gewesen wenn es euch gefallen hat lasst ein like abonniert aktiviert die glöcke um keine videos mehr zu verpassen ich mache jetzt so ein anderes outro einfach damit ihr irgendwas zum hören habt ähm ja haut rein bis zur nächsten folge und auch um und zum zum Tum-tum, tum-tum-tum-tum.